Ich will Ihnen auf die Höhe. Besser, leidenschaftlicher sein als alle anderen. Das ist schön, ich wollte mich sehr fühlen. Lennon Nikolai, glauben Sie mir, Sie müssen raus aus diesem Haus. Sie sind geschaffen, ein schönes, ein freies Leben zu leben. Wenn Teufel ärgste Sünde fördern, so locken Sie mit Frauenschein, wie ich da jetzt. Tja, weil der gute Tropf in der Simmona dringt, ihm beizustehen, und Sie ihm mit Nachdruck sein Besuch begünstigt, träuf ich den Giftgetränk im Hoteloshof, dass Sie zu eigener Lust zurück ihm holen. Und umso mehr Sie strebt, ihm hochzutun, vernichtet sie bei Frauenschein. Die Entspannung ist ein wesentlicher Bestandteil des Optimierungsprozesses. Ey, am Arsch! Wenn ich mich entspannen will, ja, dann setze ich mich nicht auf eine harte Yogamatte und den Sack reinatmen, nein, sondern dann setze ich mich ganz gewünscht auf die Couch, mit einer Kiste Bier und gucke mir die Sportschau rein. Ja, ja, so sind die Frauen. Sie wollen denen, wie es ihnen passt, in Gesellschaft gehen, sich den Hof machen lassen, und dann besitzen sie doch die Unverschämtheit auf ihre Ehemänner eifersüchtigte. Basta, ich weiß, was ich zu tun habe. Frau Markeser, der Abend kommt. Gehen Sie nach Hause, bevor Ihnen die kühle Luft noch schadet. Wögen Sie mir den Gefeind tun und mich begleiten? Ich kann Ihnen leider nicht dienen. Herr Markeser, wir gehen heute Abend ins Theater. Viel Vergnügen. Auf Sie, tutto è finito. Bravo, Herr Graf, du wart in den Passagretten. Großvisier, ja? Wir werden die Verträge sofort aufsetzen. Wann ist unsere Abreise? Sagen Sie, Signor Ali, wann glauben Sie, reisen zu können? Schiff stehen unter Segen. Wann ist das aufgestanden? Noch nicht. Natürlich. Entschuldigung, Poli, Herr Gefehlmann. Sie schiffen immer. Und warum in jedem Augenblick? Es ist ein Volatariat. Es erscheint und stellt Verordnungen. Poli, hat man mich die Möglichkeit gegeben. Geschäftliche Unterhaltung, und das am frühen Morgen. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, dass ich fortfahre. Bis zum Antritt meiner Urlaubsreise halte ich die Fabrikreste in der Hand. So! Wirklich? Was ist denn dann? Dann wusste ich nicht. Was soll das, Mensch? Da gibt es die Stille weg. Monat! Hey! Wo willst du hin? Dich mit Deutsch anlegen, ne? Weißt du, aber eigentlich lässt ich auch eine Sprache von Singung. Amen. Weißt du, was das ist? Ich bin nicht wie der Melkartischeißer hier. Ich weiß, wer ich bin und woher ich stamme. Ich besuche dort jeden Sommer meine Großeltern und treffe mich mit Leuten. Damit meine Wurzeln nicht verlochen und ich nicht vergessen, wessen sag ich bitte. Woher kommst du? Weltrad. Welches Werte? Neymar. Nie gehört. Bei der Nationalbibliothek. Bei der Bibliothek! Lass sie in Ruhe! Bei der Bibliothek also, ne? Als ob Dantje nicht wüsste, was Bücher sind. Als ob wir nicht will lesen werden. Blöd, Mann! Lass sie in Ruhe! Lass sie in Ruhe, hab ich gesagt. Schlag dich wie ein Mann! Schlag dich wie ein Mann? Er hat zugruf... Jetzt werde ich einen Frutze ficken! Und du, Brüderchen, wirst zugucken. Jetzt wird Dantje ihn ein bisschen reinschicken. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Irgendein Rothaariker. Irgendein Rothaariker. Sie sollten mich nicht beunruhigen. Halt den Mund! Wo bleibt denn der Arzt? Wo bleibt der Arzt, frage ich! Ich schreibe dich zu. Ich habe Schmerzen. Wo bleibt der Arzt? Scheiße, es ist zu Ende.